Frau Schafatzig, was haben Sie aus dem Vortrag gerade mitgenommen? Was war ein Highlight für Sie? Überhaupt die verschiedenen Disziplinen, dass man die zusammenbringt und dass man die zusammen denken kann. Und auch wieder, wie wichtig das ist, Vielfalt zusammenzubringen, in Austausch zu bringen und eben nicht in so Silos zu sein. Das habe ich vor allen Dingen mitgebracht und mitgenommen. Wie wichtig ist so ein Forum wie die Petersberger Gespräche, dieser Austausch? Wie wichtig ist das auch für Ihre Arbeit? Oh, sehr, sehr wichtig. Also die Kollegin von der Zeit hat ja auch ganz, ganz, ganz praktische Dinge besprochen, die jeden Tag mit meiner Arbeit zu tun haben. Also Vertrauen, Vertrauensverlust, wie gehen wir mit Fake News um? Was muss man eigentlich watermarken? Muss man die eigenen Ideen watermarken, den Menschen oder die KI? Das sind Fragen, mit denen habe ich jeden Tag zu tun. Und das wären Denkpunkte, die Sie mitnehmen in Ihrer Arbeit als Programmdirektorin des WDR. Ja, die werden wir ja weiter besprechen. Das sind wirklich unsere Themen. Darüber reden wir auch. Und jetzt mal zu hören, wie die Kollegin bei der Zeit sich damit beschäftigt, fand ich höchst interessant. Und die werde ich mir auch gleich nochmal suchen und versuche, ein bisschen tiefer einzusteigen. Aber das Interdisziplinäre ist eben auch ganz schön. Also man lernt ja hier sehr, sehr spannende Menschen kennen. Aus ganz vielen unterschiedlichen Branchen, Versicherungen, Bank hatte ich gerade. Aber auch gerade eine Frau, die Unternehmen hilft, in Transformationsprozessen zu sein. Wir sind auch in der Transformation. Wer ist es nicht in diesen Zeiten? Also so gesehen ist das hochspannend. Dankeschön. Ja, gern. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.